Hallo Fans! Am 25.10. findet mal wieder ein Konzert im Trigon statt. Es werden drei Bands auftreten. Eine davon ist Cassini. Die Band besteht aus vier Leuten aus Münster. Die spielen zum ersten Mal in Haltern. Die Musikerrichtung hat Einflüsse aus New Wave bis Tona. Die Besonderheiten an der Band sind, dass sie während des Konzerts die Instrumente wechseln. Wird geil. Und hier ist ein Clip von denen. Als nächstes haben wir Birds and Planes. Eine Band aus Mal. Besteht auch aus vier Leuten. Ihr kennt die vielleicht von Keep Rocking. Und die waren ziemlich geil. Die spielen eine Mischung aus Grunge, Punk und Alternative Rock. Und hier könnt ihr ein Clip von denen sehen. Zu guter Letzt kommt National Park Visitor Center. Eine Band aus vier Leuten aus Münster und Haltern. Ihr könnt die ab Heimatfest gesehen haben. Die Musikrichtung, die sie spielen, ist Indie Rock. Und hier könnt ihr ein Clip von denen sehen. Die Musikrichtung, die sie spielen. Die Musikrichtung, die sie spielen.